Hallo liebe Löwenfans, heute bringe ich euch ein bisschen was von meiner Muttsprache bei, Schwedisch. Ich sage die Wörter erst auf Deutsch und dann auf Schwedisch. Ihr dürft zu Hause gerne mitmachen. Viel Spaß! Wir beginnen mit den Basics. Hallo! Hej! Se gut. Wie geht es dir? Hur mår du? Me geht es gut. Jag mår bra. Ich heiße Mikael. Ich heiße Mikael. Ich heiße Mikael. Aber ich kann ihn nicht anders. Ja. Genau. Wie heißt du? Vad heter du? Entschuldigung, kannst du mir helfen? Ursäkta, kan du hjälpa mig? Wo befindet sich die SAP Arena? Wo befindet sich die SAP Arena? Wortliga SAP Arena. Sehr gut. Das waren die Basics. Weiter geht's. Jetzt bringe ich euch ein paar Handballvokabeln auf Schwedisch bei. Wir fangen leicht an. Handball. 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 Ich spiele Handball. Ich spiele Handball. Eine Parade. Ein Räddning. Ich bin Teuter. Ich bin Teuter. Ich bin Målvakt. Mein Lieblingsteam sind die Reineckerlöven. Mit Favoritflag ist der Reineckerlöven. Sehr schön. Das war es. Das war das. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß gehabt habt und auch was gelernt, vor allem. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss. Hejdå. Geht.